Spiel jetzt Mario! Ich spiel gerade Hilfe. Nein, verpiss dich! Alter du dreckiges Vogel! Ich töte deine Mutter! Ich weiß, wo du wohnst! Fick dich! Ja, die Frage ist... Wo sind die anderen? Dreckiges Mustfiel! Ah, ich bin tot! Hier sind ganz, 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 ganz... Ich würde auch nicht empfehlen, als erstes nach unten zu kommen. Fiese Laserstrahlen. Nee, wo bist denn du, Fletcher? Ich bin oben! Es ist tags! Ich bleib doch nicht da unten! Echt? Oh, ich bin ja nackt! Nein! Oh, warte, wo? Achso, okay. Verdammt! Oh man, die sind so schlecht! Beam the ship! Ich komm mal zum Fletcher! Ähm... Oh, das Schweinchen ist ja voll süß! Die Schweinchen sind super süß! Ihr müsst zuerst... Ihr müsst auf Sims Schiff gehen und dann runter beamen, weil wir sind nicht auf dem selben Planeten, ne? Ja. Ich kann ja all deine Sachen klauen! Mach das! Okay! Okay! Danke! Ich hab dir auch mal eine Kiste geklaut! Ey! Ich hab dir überhaupt nichts... Du klaust mir nicht mein Zeug, das war grad ein Witz! Ach so! Oh! Das legst dir sofort wieder rein! Ich hab... Ich hab... Ich hab nix geklaut! Das war nur ein Scherz! Das gibt Beef, aber richtig! Ich geh mal zur Zimt! Ach, die Zimt wird jetzt auch! Ich geh weg von meinem Schiff! Nur weil das nur in der Lokomotive so ne Schäbige ist! Ah! Guck mal! Ein simples Leben hab ich grade! Errungenschafterei geschaltet, weil ich Bären bekommen hab! Ich glaube, es gibt hier böse Menschen unter uns! Ich glaub, hier ist ein Dieb irgendwo! Du! Hab ich gehört! Man munkelt! Hihi! Hallo! Ähm... Hey! Ich bin's! Ich baue jetzt einfach mal jeglichen... Ist das böse? Ist das böse? Wie kommt man dann auch wieder... Achso, einfach so... Ach, Crafting! Jetzt geht's... Jetzt weiß ich... Ja, jetzt tut mir nichts! Crafting Table! Wir brauchen noch... Timber! Was wollen wir denn zuerst bauen? Was ist denn jetzt sinnvoll? Achso, hier! Craft... Table! Ich... Ich craft schon! Tja, aber was craftest du denn? Ich crafte grad ne Workbench! Eine Workbench! Jetzt schon oder wie? Brauchen wir! Oder? Warte mal! Craft... Ich töte! Guck mal, ich kümmere mich ums... ums Fleisch! So... Das arme Schweinchen! Jetzt kann das überhaupt nirgendwo mehr hin außer hier, ne? Sie töten die ganze Zeit diese kleinen Kaninchen, wenn nicht! Ja, eigentlich schon! Aber egal! Also, wieder zur Zimt! Ach, gucke mal! Ich kann schon was anbauen, Leute! Potato Seed hab' ich! Aber noch nicht hier! Wo lassen wir's denn nieder? Nicht hier, oder? Ähm... Das ist ein schönes Gebiet eigentlich sogar schon! Ja, gehen wir runter! Ja, okay! Also, wir können's nicht so... Wenn wir wollen... Wir könnten unser Häuschen hier so rumbauen! Also, wenn du echt schon jetzt ein Häuschen bauen willst, äh... Der Kapo! So! Möchten wir auch noch nicht! Wir sind auf Sigma Delta, oder? Äh... Es regnet gerade! Äh... Ja! Gut! Keine Ahnung! Hier, lass mal kurz Bäume fällen! Das ist mal ganz schlau! Seid ihr rechts oder links gelaufen? Äh... Rechts! Gut! Rechts! Ah! Hast du schon ne Ahnung? Boah, die... Die sieht echt aus wie Shiva ein bisschen, ne? Ja, voll! Das ist voll gruselig! Tja, wenn ich's schon in Sims nicht kann, dann muss ich's ja wenigstens mit Pixels-Grafik können! Ich schaff's wirklich nicht! Ja, du siehst doch wirklich nicht aus in echten Leben, ne? Ja, ne? Pixel ist ja auch mein Ding! Wenige, die das wissen, Shiva ist ein Pixelmännchen! Ja, ich liebe Pixel! Ich will alle so nen Pixel haben! Also, ähm, wenn ihr C drückt, seht ihr, was ihr schon craften könnt. Das ist nicht alles, das kommt immer mehr dazu. Ihr lernt auch noch Blueprints, etc. pp. Da könnt ihr ne Wordbench bauen, etc. Das sieht aus, als würde ich pinkeln, guck mal! Oh, da ist ja ein Monster! Oh, Schaden! Schaden bekommen tust du auch noch! Was macht sie? Was... Hilfe! Ich bin der Mann! Hilfe, Aua! Ich bin der Mann! Hilfe, Aua! Ich bin auch der Mann! Ich bin der Mann! Ich sammelt alles ein! Oh, die sammelt alles ein, die Alte! Ich glaub's nicht! Wer? Ich baue jetzt, äh, Zimt ab! Ach so! Ja, bau mal ein bisschen Zimt ab! Ich hab Lust auf ein Chai Latte! Äh, guck mal, hier sind zwei Eichhörnchen! Oh, guckt euch das mal an! Hier sind zwei Eichhörnchen! Ja, ja, eben! Leute! Jetzt ist nur noch ein Eichhörnchen da! Ich will das Eichhörnchen! Hab ich's getötet? Eichhörnchen schon! Ah! Eichhörnchen tot! Eichhörnchen tot! Weil wir echt hier schon alle Bäume abfällen! Das ist aber nicht der! Das ist verlassen! Es gibt Setzlinge! Ach ja! Das heißt, du kannst nachpflanzen! Oh cool! Ich weiß, was ein Setzling ist! Ja, aber keine Ahnung! Ah, okay! Also ich kann auch, oder ihr auch, ähm, wir können direkt am Rand auf die Gesichter klicken und dann können wir direkt zueinander porten! Echt? Ah! Ja! Ist das neu? Keine Ahnung, könnte neu sein! Nee, das heißt nur Bean to Ship! Das ist das Einzige, was geht! Ja? Ja, das geht nicht! Da! Maker Leader kann man noch machen! Ja! Mhm! Mhm! Ich hab alles genommen! Ja, aber ich hab die Kiste! Da, 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 da! Und hier ist Geld drin! Oh, Geld! Aber teilt sich das nicht ein bisschen auf? Ich hab total Lust, irgendwie so eine Falle zu stellen, so ein Loch zu bauen, das keiner sieht und dann fällt er da rein oder so! Hilfe! Das wär so lustig! Wie bei Sims, wo man auch immer alle in den Keller gesteckt hat und umgebracht hat! Ja! Aber wir müssen ja jetzt noch nicht allzu viele Leute hier rumbringen, oder? Also Tiere oder Wesen! Ja, ich hätt, ich hätt für euch Löcher gebaut! Das wär lustig gewesen! Ich hab Kohle eingesammelt! Ach ja! Der Baum ist voll schön! Trick 17 ist, äh, ihr könnt ja hier so abbauen, ne? Früher ging das mal! Ja, okay! Aber wenn du, wenn du den Hintergrund abbauen willst, musst du mit rechts klicken! Ah! Ich verstehe! Es ist wie bei Terraria! Ja, so ein bisschen eben! Nur geiler! Mhm! Cool! Ich bleibe dabei! Ich bleibe dabei! Dieses Spiel ist geiler! Ah! Fletcher, du bist neben mir runtergefallen! Hallo! 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 Hilf mir! Ja, ich... Das ist so witzig, dass du genau neben mir runtergefallen bist! Warum bist du da unten? Das hättest du's gewusst? Ja, natürlich! Das ist Schicksal, Leute! Das ist Schicksal! Jetzt kommen wieder diese komischen Gerüche! Ja, vor allem, weil ich so weit unten bin! Kommst du schon hoch? Nein! Ich komm doch nicht hoch! Mach weiter! Ich muss da hinpinkeln! Moment! Oh, das Wasser füllt sich sehr... Ich muss mal kurz pipi! Ja, das sieht halt echt so aus! Oh, der, der... Jetzt? Nein! Aber warte mal! Guck mal was! So! Äh... Nö, geht nicht! Und jetzt? Mach... Mach weiter! Ja! Ja! Ja, Shiva! Sehr gut! Ähm... Was tut ihr da? Oh, gar nicht! Was... Was... Was geht hier ab? Warte mal, warte mal ganz kurz! Ich hab hier... Ich hab was Tolles hier gefunden! Ach, da seid ihr! Ernsthaft! Warte mal! Ach, weil wir auf dem gleichen Planeten sind könnte es sein! Das ist nicht... Oh, was ist hier los? Ich hab ne... Ich hab ne Flair geworfen! Oh Gott, das ist rot! Entschuldigung, ich wollte Licht machen! Ui! Ich schäm mich so! Ah, hi! Ein Monster! Wieso findet ihr alle mein Loch? Äh... Äh... Und dann wundert sie sich! Waren so welche Witze kommt! Waren so welche Witze kommt! Also du hast sie echt nicht wundert! Mann! Versaut das Ding mir nicht! Einer hält ne Taschenlampe! Versaut das Ding! Ihr seid furchtbar! Ich hab einfach nur gefragt, wieso... Ach, ich sag's jetzt nicht nochmal! Alle in dein Loch fallen! Bitte sag's nicht nochmal! Was tun wir denn? Haben wir kein Ziel gerade? Ähm... Eigentlich müssen... Doch, wir haben ein Ziel! Nein, wir haben ein Ziel! Wir müssen unser Raumstoff reparieren, um in ferne Planeten zu reisen! Ach, das ist ja wirklich wie No Man's Sky! Ah! Und dann noch... Ach... Es gibt Endbosse! Ich weiß es gerade selber nicht! Ich müsste eigentlich... Da oben steht's doch! Um rechts! Find Energy Source! Ja! Okay! Ja, dann find it! Und wenn du da rauf klickst, siehst du nochmal genau, was sie suchen! Oh! Ich bin runtergefallen! Wir brauchen jetzt... Watt? Haben wir nicht mehr da? Keep down and search for supplies and permits are a means of fixing the ship! Okay, wir nehmen mal hoch! Wir müssen erst erstmal in Ex-Geschaft! Ach, geschafft! Nein! Leute! Was müssen wir? Ja, aber das ist... Am schlauesten ist es oben erstmal zu explorern, weil hier unten ist es echt gefährlich! Ja, ich wollte auch gar nicht so weit runter! Ich wollte mir hier ein Loch buddeln und dann wieder hochkommen! Gordon, Fletcher! Ey, Fletcher, du hast mich eingebaut! Fletcher? Du hast mich eingebaut! Was macht ihr da? Voll das Team und so! Hat keiner was von Team gesagt! Wir haben auch noch keinen Leader gewählt! Ich bin der Leader! Ich will der Leader sein! Ich bin der Leader! Ich bin aber der Leader schon! Seht ihr doch, die Krone! Okay, ihr könnt euch drum streiten! Ach, stimmt! So, tschüss! Danke! Pst, Mann! Ey, jetzt ist wieder Nacht, ihr Horsties! So! Ey, jetzt haben wir zwei gebrochen! Aua! Ich konnte mich grad gar nicht mehr bewegen, weil ihr mich eingebaut habt! Ich auch! Ja, der! Ja, der! Lümmel! Der alten Lümmel! Ich hab grad verstanden, ihr nervt! Ihr hättet ja nicht in mein Loch kommen! Hm! Hehehe! 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 Ja, weil du es nie findest, Fletcher! Das ist das Problem! Hehehe! Ja, aber wenn sie so viele hat, dann kann ich nichts für machen! Wenn ich ins Falsche folge! Hehehe! 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 Dann lassen wir das Thema! Ich bin nicht ordentlich! Und das war auch noch der Brunnen, wo er reingefallen ist, deswegen fand ich ganz besonders... Da war auch alles so nass auf einen, das war echt ekelhaft! Dann ging es mal herer! Dann müsste ich ihn da rausholen, weil er es alleine nicht geschafft hat! Hehehe! Alleine! Shiva ist die schlimmste von uns allen einfach! Hehehe! Was tust du?! Was? Nein! Juhu, Juhu, Juhu! Hey wie kannst du das so schnell machen! Du musst nur gedrückt halten und so machen! Ja, aber hör doch mal auf damit. Das finde ich witzig. Entschuldigung. Mann, Shiva, der baut mich an. Ich baut's nicht an. Ja, ich weiß, wie man es zubaut. Oh, Leute. Guck mal hier. Ich wollte schon. Shiva kann ich auch zubauen. Das ist so witzig. Ob es doch über anderen lachen oder was? Ich wollte da gerade rüber. Ich wollte gerade helfen. Helfe ich dir halt nicht. Lass uns mal sinnvolle Dinge finden. Ja, gut. Los geht's. Los geht's. Jetzt serious. Oh, Hilfe. Es ist hier kein Spaß, Leute. Es ist hier einfach kein Spaß. Nee, das ist todesernst. Wir versterben hier, ne? Irgendjemand, ey, die Shiva will mich schon wieder eingebauen, die alte. Hilfe, tschüss. Ich hab dich bisher noch gar nicht eingebaut. Du versprühst hier da und irgendwelche Holzbalken. Und? Da oben ist immer ein Zürcher. Ich versprühe. Sie versprüht schon wieder. Ja, jetzt geht's wieder weiter. Hey, jetzt hab ich aber gar nichts gesagt. Ich sag immer harmlose Dinge und ihr... Ihr habt mich getötet. Ihr werdet alle sterben. Wildet euch dann immer irgendwas da raus. Alter, Shiva, was hast du da oben gemacht? Bist du doof? Baut die mir mal das heidel Schiff, die nicht. Und dann beschwert sie sich noch. Ich hab mir jetzt... Bestohlen hab ich ihn auch. Oh Mann, du soll... Nee, das war allgemein Zeug. Aua. Ah, rettet mich nicht mal ein... Leute. Ich crafte mir hier grad ein Medikit und ihr rettet... Ich weiß nicht. Ja, ich hab auch grad was gemacht. Shiva rettet mich. Sie macht hier nur... Ja, wo bist du, Fletcher? Ich bin tot. Was bist denn du für ein... Mistviech? Der hat mich echt beklaut. Ich werde sie töten. Shiva muss sterben. Ah, komm da nicht mal rüber. Gar nicht mal so leicht, wenn man es nicht gerät ist. Kannst du ja dann wiedergeben. Shiva muss jetzt sterben. Warte mal, ich geh mal kurz auf ihr Schiff. Shiva muss sterben. Wieso gehst du jetzt wieder ins Schiff? Auf ihr Schiff, hab ich gesagt. Äh, aus Schiff. La 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 la. Schubidu und schabada. Shiva immer mit ihrem Loch. Ja, und ich meinte es gar nicht so. Ich meinte das Loch, was ich da gebuddelt hab. Und die drehen mir immer einen Strick draus. Nein! Einen Strich? Ja, ein Strich. Oh, armer Fletcher. Ja, dann sterbe ich halt nochmal. Ist jetzt nicht so schlimm eigentlich. So, jetzt wo bist du denn, Sintu? Da bist du. Ich bin wieder in Shiva's Loch. Oh, schon wieder? Ja, die Musik ist echt schön. Das ist so richtig entspannend. Es ist aber arsch dunkel hier. Arsch dunkel? Es ist arsch dunkel. Es ist wirklich dunkel. Ey. No comment. Weil sonst schau dir mal Starbound-Wiki-Blöcke an. Ah ja, ist auch eine gute Idee. Nein, du verficktes Mistvieh. Mach ich aber nach dem Let's Play, oder? Lass mich in Ruhe. Würde ich sagen. Nein, nein. Wo seid ihr, Leute? Ja, wo bist du? Ich bin hier hinter, hinter mir ist ein Wellensittich, der mir ein Böses will. Haltet mal an, lauft mal in die andere Richtung. Nein, ich bin hier schön am Abbauen. Deine Bauern. Oh, ich seh den Fletcher. Oh krass hier ist, was ist denn hier für ein Gebilde? Oh. Ja, dann komm ich halt zurück, aber ich muss hier kurz noch einen Vogel töten. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ey. Was bist denn du für ein Kackvogel? Das kann doch nicht wahr sein. Es ist auch immer arsch dunkel. Ich mach jetzt das Gamma hoch. Ehrlich, das ist sehr ekelhaft. Oh, das geht gar nicht. Okay. No commento. Oh, da seid ihr. Wollen wir mal zusammenbleiben? Aua, nein. Vielleicht? Oh, ich hab dein Zeug aufgesammelt. Dankeschön. Ich bin gestorben, weil ich dich retten wollte. Jetzt bin ich auch gestorben. Leute, hier sind irgendwie nur Gegner. Nein, ich hab nicht Strich gesagt. Ah. Du hast immer Strich gesagt. Ich werde verfolgt. Fletcher hat Strich gesagt. Oh, Fletcher, danke. Sachen zum Abbauen. Ich geh jetzt auf diesen Planeten. Hier ist es ruhiger. Und mein kleines Pummele freut sich auch. Oh, das wollte mich knuddeln und kommt nicht durch. Also ich find's echt blöd, dass wir jetzt hier nicht zusammenbauen. Ja, dann kommt doch mal her. Ihr bringt euch immer ein Glieserchen. Du sagst immer, kommt doch mal her. Ihr baut euch. Aber kein Mensch weiß, wo du bist. Geht auf mein Schiff und auf den Planeten. Hier ist es ruhiger. Ach, du bist schon wieder auf einem anderen Planeten. Ja, ja, auf dem Planeten, wo mein Schiff drüber steht. Und es regnet. Das ist ja auch lustig. Es regnet ziemlich toll sogar. Oh, es regnet. Dann muss ich auch. Ja, ich bin doch grad gestorben. Ich komm gleich. Also ich bin doch bei mir auf dem Planeten. Aber da regnet's auch. Nee, bei mir regnet's im Real Life. Das mein ich dann. Ach so. Voll schön. Ich dachte grad, was ist das? Hallöchen. Hallöchen. Ah, okay. Danke für den Link. Ich schau's mir später mal an. Oh. Lass uns erst mal ne kleine Heimatbasis bauen. So. Ich bin hier an irgendeinem mysteriösen Ort. Radio Signal. Energy Source. I will pitch. Ah. Ich hab's, glaub ich, geschafft, wie's weitergeht. Ach so, nee. Komm doch mal her. Hier, wir bauen schon. So, zack, 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 zack. Ja, ihr seid doch auf einem ganz anderen Planeten als ich, angeblich. Ja, beim Fletcher halt jetzt, weil wir ja gestorben sind. Ja. Ja, ich bin nicht gestorben. Wie komm ich jetzt da rüber? Ach so, du musst dich nur teleportieren. Du musst über mein Schiff. Ach so, das ging vorhin nicht, deshalb dachte ich. Nee, du musst über mein Schiff auf diesem Planeten. So. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, 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 ja. Ah. Headset drückt. Ich brauch unbedingt, ich wünsch mir zu Weihnachten neues Headset.